Ja, es war für uns ein wichtiges Zeichen. Ich glaube, mit dem Köln-Spiel haben wir schon das erste Zeichen gesetzt für uns, dass wir wieder in der Spur sind. Es war sicherlich kein schönes Spiel in Köln erst, aber in Hannover haben wir den Trend fortgesetzt, haben den 3 eingefahren. Nach der langen Durstrecke war es sehr, sehr wichtig für uns und ich glaube, jetzt sind wir auch in der Rückrunde endlich angekommen. Ja, das waren wir in der ganzen Zeit. Auch in der sieglosen Zeit haben wir immer zusammengestanden, das hat man gemerkt. Wir haben uns nie verunsichern lassen. Es war uns klar, dass es auch mal eine schwere Zeit in der Bundesliga kommen wird. Aber wir haben die jetzt gut durchgestanden und haben jetzt ein Erfolgserlebnis gehabt und das gibt uns natürlich neues Selbstvertrauen. Ja, es war jetzt heute die erste Trainingseinheit. Es ist natürlich immer schöner, mit dem Erfolgserlebnis in die Woche zu starten, ist ja klar. Mit dem Wissen, dass wir ein schweres Spiel vor der Brust haben. Wir sind alle gut drauf, motiviert und wollen natürlich auch am Wochenende unser Bestes geben.